Jo Leute was geht ab und wir regeln heute endlich mal wieder auf den hungrigen Hugo, weil ich ein Macher bin. Abonniert gerne den Channel, originalen Videos wie immer unten und schaut auch gerne auf it-gaming, auf TikTok und Instagram vorbei und vor allem auch gerne auf itso-tobi. Fast 11.000 Leute abonniert gerne, falls ihr noch nicht habt und los geht's. Jo was geht ab? So Jungs, ich bin bereit, ich hab mir grad ne Cola reingefischen, ich bin auf Sendung. Was läuft, was läuft? Willkommen zum nächsten Video. Fortnite-Turnier von Amar und Eddie Geller. Eddie Geller oder so. Ach du Scheiße. Heute werden wohl die Teams ausgelost. 20k oder? Hab ich gehört. Komm jetzt irgendwie so Wendel oder so. Oh. 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 Nein. Nein. Es ist. Da kennen sie Joste, Bro. Oh. Ey, Digger. Ich hab helseerische Fähigkeiten, Bro. Hey, der heißt doch Vardael. Das kann kein Mensch lesen. Vadel heißt der. Der heißt Vadel. Vada A. Vadel. Vadel. Ja, schau. Ich bin Alex. Ich bin 16 Jahre alt. Ich bin auch als Vadel bekannt. Die coolste Waffe. Welche Waffe spielst du denn, Willi? Ähm, die Vandeal. Wie bitte? Vandeal. Vadel. Oh, ich kenn die gar nicht. Vadel. Okay. So hörst du also. Ich kenn den gar nicht. Die neu? Ach, du meinst die Vadel. Ja. Vadel. Ich hab ihn. Ich hab die Cola gezogen. Das ist mir. I love you. I love you. Abo und ich haben heute unser erstes gemeinsames Date. Stimmt. Kannst du das sagen? So Abo, ich werd dich kurz alleine lassen. Ja, easy. Ach, Chad, werfen wir mal raus? Oh, der Stuhl knarscht. Sag mal Abo, geht das auch oder was? Ich sag dir ehrlich, der war so laut. Das ist jetzt ein neuer Memo. Hard auf Hard hätt ich jetzt sehr gerne einen After After im Mund, Digga. Und du weißt auch ganz genau, von wem du gehst. Alter, sorry, no front oder so. Aber wenn man dann so ein gewisses Benehmen braucht man doch auch, oder? Ich meine schon klar, dass ich seine Zuschauer unterhalten will, aber ich mag das nicht so, wenn man sich dann so aufführt. Ich kann ja husten, oder? Wusstest du mal ein bisschen? Hä? Oh, jetzt kommt er nicht. Oh, jetzt. Oh, jetzt. Das war eine Fehlzeitung. Hallo. Sag, warum sollen die Leute kommen? Ja. Ach, du Scheiße. Komm schon ins Auto. Es geht ein bisschen. Ja. Nein. So sterbe ich jetzt nicht. Nein, nein, nein. Nein, so sterbe ich nicht. Nein. Nein, gerade schlecht. Schlecht. Nein, gerade schlecht. Okay, du siehst, das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Sascha in der Vorbereitung auf das Turnier. Full-Peaced-Boxed? Full-Peaced? Ist das ja voll geil, oder was? Full-Peaced, wenn du ihn komplett geboxt hast, den Gegner. Es gibt auch zwei Ausrufezeichen. Es gibt Full-Peaced und Boxed. Du hast jetzt hier gerade ein ganz neues Team aufgetischt bekommen. Die John Wick-Mafia. Die John Wick-Mafia. Max Damage, Boxed, Shit-On. Lass uns die Striker die anderen. Griefen. Christian Dior, Dior Spray, wir haben alles. Christian Dior, Dior Spray, wir haben alles. Christian Dior, Dior. Ich hab ne blaue Striker und ne Stachel. Ich war lang. Dafür hab ich was anderes, Jungs. Ich lieb das Kind. Ich hab dieses Gefühl, das wird dir heute ein riesen Ding. Das wird die Party des Jahres. Ja, das sagt mir mein Instinkt. Okay. Ja, ne Dings mit Munni und. Kannst du dich unterholen, Bro. Das sagt. Oh! Tomatenkopf. Wen guckt ihr hier zu? Hier, guckt euch das an. Das sind Pokale! Das sind Pokale! Das war ein Pokal. Das ist nicht so deins, ne? Ja. Tausend Leute sind Mitglieder für 2 Euro im Monat. Das sind 20.000 Euro. Mach jetzt ne Aufgabe. Ich mach mal. 17 mal 4? Ja, alles nicht. Achso, 17 mal 4 ist, ähm... 68. 17 mal 4. Ist richtig. Ja? Ja, okay. Weil ich ein Macher bin. Ja, okay. Alle 100.000 Zuschauer. Wenn jeder hier ein Sub raushaut... Wie viel Geld ist das? 100.000 mal 4 sind 40 Millionen, ne? Oh! Oder 4? Das hat er mit der Absicht gemacht. Das hat er mit der Absicht gemacht. Ich geh gar nicht hin. Digga, setz. Weil ich ein Macher bin. Da ist einer noch! Wir können die pushen! Wir können die pushen! Pushen! Was ist pushen, Digga? Was ist pushen, Digga? Was ist pushen, Digga? Was ist pushen, Digga? Wisst ihr, wie man Jump hat? Boah, Riesen, bitte! Übertreib nicht! Was ist, was ist ein Jump Pad? Ah, es ist Kapolin! Wo, wo seid ihr? Was ist ein Jump? Nein! Was ist das? Oh, gerade selber. Könnt ihr eigentlich? Du bist nicht, Digga. Ich sehe dich nicht. Ja, ich bin... Oh, ist tot. Wir müssen hier vorne hin! Oh, ich... Ihr müsst einfach mir folgen, okay? Lauft einfach zu mir! Ich bin... Ich bin... Okay, das war jetzt nicht so ein ernst gemeintes Turnier, oder? Er hat jemanden getötet. Haben die Kill gemacht, oder? Oh mein Gott, die macht das Auto kaputt. Ist die AFK... Noch ein Kill! Boah, das war ein harter Kill. Okay, Ladies, pass auf. Ich guck jetzt einmal rein an das Großvideo vom Opa. Wenn du mich verarscht hast, dann ist hier was los. Was ist das? Vanguard Nots initialisiert. Vanguard Anti-Cheat has not been initialisiert. Is this your first time playing? You will need to reboot your computer to contain you! Also, der könnte ich auch schon wieder kotzen. Das ist auch das letzte Mal Valium in meinem ganzen Leben. Okay, also, ich bin Chamber. Sebo ist Kaju. Ich möchte auf jeden Fall nicht einen Agenten spielen, der irgendwie jetzt ganz dring gebraucht wird. Ne Jet? Dann nehme ich ne Jet einfach. Boah, Jet ist echt die... Jet ist der schwierigste von allen. Das kann ich sogar als Amateur sagen. Was spielen die da? Drehst du nebenbei? Everybody was calling for me! Ach, du... Das hast du jetzt nicht gefallen. Deine Mates beleidigen dich. Die Gegner beleidigen dich. Die Beleidigung beleidigen dich. Oh mein Gott. Die werden Kerzen auspustet, das ist so krass, Chat. Komm rein hier, bitte. Und jetzt bleiben wir einfach. Wie komm ich denn da rein? Wie komm ich denn da rein? Okay, wir müssen jetzt aber logisch aussteigen. Kann man es lang? Bruder, was gibt der jetzt knapp die Cola Kicks, Bruder? Die Cola... Okay, also das muss so geil gewesen sein, Mann. Ich habe es nicht gesehen, aber allein, wenn du, wenn du so viel, wenn so viele Lost Boys da auf Pros getroffen sind, kann man sich natürlich vorstellen, wie das Ganze ausging, aber trotzdem muss ich mir vorstellen, dass es ziemlich nass war. Mann, Bruder, jeden Tag kommt irgendwas Neues. Woher kommt der und woher kommt diese Malle Musik jetzt auf einmal? Aber... Diese Geräusche. Ich kann nicht wegheben. Wisst ihr, woran mich das erinnert bei den beiden? Neunte Klasse. Bruder, ja, alles schön und gut, aber wieso, wieso, warum? Ich verstehe es nicht. Ehrlich. Ehrlich. Also, ich freue mich auch übel für euch. Ich bin nur so in diesem Moment, während ihr jetzt rummacht, ich weiß nicht, was ich tun soll. Einer kommt zu dir? Ja. Oh mein Gott. Ey, das ist ein... Die Frisur. Die Frisur. Ja. Hipster. Werde wieder gesenkt, Milch! Warte! Oh mein Gott, ich hab mein Bildschirm. Oh! Ach du Scheiße! Ich glaub, das war nichts mit einer zweiten Runde. Beide Teams nehmen hier dick Punkte mit. War auf jeden Fall verdammt nice Leute. Vielen Dank fürs Zugucken. Abonniert gerne den Channel für mehr Reactions und noch gern mehr Fans. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zugucken und Ciao! Bis zum nächsten Mal. Out!